Wir holen uns zum dritten Mal das 85 x 10 Upgrade und ich hoffe einfach, da ist was Gutes drin. Ich hoffe einfach, da ist was Gutes drin, denn wir mussten schon ein 94 und ein 92 reinhauen. Das heißt, gleich öffnen wir das Pack. So, wir öffnen das 85 x 10 Pack. Und auf geht's. What Hotz? Spanien ZIV, den habe ich schon. Den habe ich schon. Da muss ich den in irgendein SBC reinhauen. Aber dahinter, was ist dahinter? Ja, es lädt nicht. Boah, ja, ja. Ja, geht schon. Leider hier, den will ich natürlich nicht nennen. Aber die anderen sind schon auch nicht so schlecht, die wir gezogen haben. Passt. Leider hier. Dann sehen wir uns.